Yo Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe heute wieder mal ein Paket bekommen. Diesmal von American Food4U und zwar habe ich Arizonas bestellt. Ich glaube es sind 6 Stück und 6 oder 7 ich weiß es nicht mal ganz genau, weil diesmal der Versand länger gedauert hat. Von außen sieht das Paket nicht ganz gut aus, aber was ich schon festgestellt habe. Man hört es bestimmt. Kleinen Moment. Verpackt wird es nicht gut sein. Wir schauen uns dann die Dosen mal an. Ich werde es mal schnell öffnen. Gut. Wir werden mal reinschauen. Wie ich mir gedacht habe. wieder mal einfach nur so reingeballert in den Karton. Es sind 8 Dosen wie es aussieht. Ja, jetzt habt ihr natürlich schon den großen Teil gesehen. ich fange mal an. Es sind alles 680 ml Dosen. Und ja, hier geht es los mit Arizona Wasberry Sieht eigentlich ganz nice aus. Die Arizonas sind alle aus USA. Hier der Arizona Lemonade und haben alle Pfand. Also das Pfand ist drauf geklebt, natürlich. Hier haben wir Arizona Orange Shade Den wollte ich unbedingt mal haben. weil ich mag eigentlich Orange. So. Was haben wir noch? hier Arizona Half & Half Tropical Dann haben wir hier noch den Arizona Fruit Punch Arizona Iced Tea Cranberry Juice Der könnte ziemlich gut sein. Könnte. So, noch 2 Dosen Hier der Arizona Kiwi Strawberry Auf den bin ich auch ziemlich gespannt. Die Dosen sind alle verdellt. Aber, ja Gott. Ist aber sowieso kein Arizona. Und zu guter Letzt scheint nicht mal eine Delle zu haben. Der Arizona Grape Der Arizona Grape Ja. Da weiß ich noch nicht ob der so gut ist. Ich hab da bis jetzt von dem Grape nur den Rockstory Grape getrunken. Der ja jetzt vom Markt ist. Und ja. Gut, ähm Die Letzt Trinks werden folgen und ich würde sagen wir sehen uns dann im Letzt Trink. Ciao.